um zu einer weiteren folge zu folge 17 ats und wir suchen uns meinen auftrag aus und wir sehen haben ja kein es gibt es einen trick fahren so es gibt es einen kleinen trick kommen erst mal raus so folgt mir mal unaufhörlich gehen wir mal auf dahin okay fahr mal hier lang haben wir schon nicht so viel aufgedeckt und wir sind auch jetzt ein bisschen schneller unterwegs gibt es nicht ja dringend werkstatt aufsuchen wo ist eine breite Straße ist gut der Werkstatt gab es eigentlich auch vorne sicherlich gerade ist nämlich hier so so ein haus was man sich kaufen kann so ein firmensitz wo ich aber gerade kein geld dazu habe was kann ich wieviel das kostet deswegen kommen wir zur Werkstatt dass einer jetzt noch ein Fragezeichen nämlich wahrscheinlich ein LKW Händler und das ist auch eine Schlafmöglichkeit ist immer eine Schlafmöglichkeit ist es auch kennen wir auch boah mensch das kinder so eingabe taste operatoren 3000 so jetzt denkt immer viele okay jetzt kann ich wieder auf den Fakten auch zugreifen wenn es jetzt klappt ne geht nicht geht nicht also manchmal klappt es aber noch in den seltensten Fällen was aber wirklich zu 100% klappt ist wenn man sich schlafen legt weil wir jetzt gerade keinen Auftrag haben kann man es ja mal schlafen stellen übrigens perfekt eingeporkt mal wieder so machen wir den Motor an und geht jetzt auf den Fakten auch und BÄM alles ist da finde ich gut so weil wir ja nichts anderes nach Nähe haben machen wir doch einfach mal den hier und nehm mal den hier genau guck mal der hat einen geilen Schrock ja das muss man sich vorfahren das muss man sich vorfahren der von bing unter 10 okay das muss man sich vorfahren aber fahr zu das muss man sich vorfahren das muss man sich vorfahren meine in den Meilen muss das eigentlich noch mal anzeigen was tun 0 meilen auch noch was ist ich glaube auf der Autobahn ist schon 8 Meilen gewesen wenn ich so schnell langfahre Blinken Das macht man eigentlich nicht, wenn man ein bisschen weiter rein Bäm, nennen wir das mal Da steht der ja, da Ja Schauen wir da am besten ran Von hier, ne So So Ankoppeln Kurz mal was trinken Jetzt hatte ich kurz mal einen Grund im Auge So So Aber das macht auch nichts Auf die Autobahn drauf Auf die Interstate Auf den Highway Ich nehme mal hier ein bisschen mein Equipment zurück Erstmal hier Kurz Tempomat anmachen So Perfekt Drücken wir mal ein bisschen auf die Tube Über Immer schön nett grüßen Irgendwas jetzt drin Irgendwas verklumpt Tudelü Ein Tunnel Die 80 fahren wir lang. Jetzt glaube ich aber auch die Straße, die hier vor uns gefahren sind, wo ihr nicht dabei war. Das passt doch. Das passt doch. Hier müssen wir abfahren. Das ist schon mal ein schönes, gleich normal. wachhausen city coastline mining digga ich glaube gestern im stream da war mehr los das heißt gestern im stream wenn ihr das seht ist ein bisschen schon weiter weg der stream könnt ihr gerne anschauen den stream das war der stream numero 42 vom ersten august wird seit drei tag das passt ja das ist eine steine kann man nicht so einfach wegschubsen jetzt habe ich was vergessen ich fand die webcam ein bisschen zu groß wollte ein bisschen kleiner ziehen aber das können wir das nächste mal auch machen kommen trock den biet 40 ist jung 30 80 oh guten Tag hier wär ich jetzt gegen gefahren hier wär ich jetzt gegen gefahren mein lieben Freunde Ich wünsche dir erstmal adieu bis zur nächsten Folge mein lieben Freunde Ich fixe es jetzt mir raus von irgendwo er kann nicht eine blöde Leitplanke die mir das gerade verwehrt aber hier nach vor den Streifen so super kann ich wenig noch ein bisschen sehen vielleicht noch mal auch Fotos machen so zum Bleistift na dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag Tschüssi